hallo und herzlich willkommen zurück zu ich höre mich doppelt warum auch immer gerade wir haben die einmal hier in der saurekiste gemacht jetzt machen wir noch mal kurz schnell ein Update dafür keine keine Witzung hat in die Umbau hinsetzen, das probieren wir nicht ich hoffe das geht auch da gibt es gar kein Update mehr für ok, da gibt es noch ein Update für dann packen wir das da hinten wieder rein in unsere kleine Kamera da kommen wir gleich mal kurz das ist ein komisches gerade jetzt haben wir eine sehr große Kaste ganz große Kaste so warte 580 sind es schon so auf die anderen müssen wir jetzt noch warten das bedeutet wir können anderen Kram wieder machen 2,2 K 2,2 K gibt es gibt es noch eine eigene Upgrades ja ok der ist voll, ja das weiß ich dass der voll ist das weiß ich also siehste ich wollte ja nochmal gucken wegen den Ritualen was große Räume sein müssen dafür von ok 9x9 das größte das größte wollte ich eigentlich nie gerne mit 9x9 ja ein kleines Ritual kann ich hier machen ein kleines kann ich da noch hin machen und dann das große in der Mitte das sollte hier gehen hoffe ich das sollte hier gehen das passt irgendwie nix mehr rein ich glaube wir müssen wir das im E-System aufräumen vielleicht werden wir den ganzen Mist da mal wieder raus die können wir noch umwandeln da haben wir schon mal einen Platz mehr ich wusste eigentlich gar nicht dass man bei Botania dass man da auch so riesige Angriffe mitmachen kann das wusste ich auch nicht ach so ach cool ja ok das ist nicht so cool ach doch so was wollen wir denn jetzt machen was können wir denn jetzt machen eigentlich müssen wir ja immer noch auf Mystic 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 hier wäre es nochmal Mystic damit wir das im Ferium kriegen wir könnten natürlich auch noch Botania unten ausbauen das könnten wir auch noch machen obwohl das müsste ich erstmal nachgucken wie die ganzen Rituale aussehen und dann den können wir hier eigentlich auch nochmal hinstellen und dann wir könnten das ja warum machst du das noch nicht das ist nicht das ist eher die Frage das ist eher die Frage wir könnten natürlich auch noch die Glashahn weiter ausbauen das können wir auch nochmal machen das können wir auch nochmal machen das können wir auch nochmal machen wir an der Glashahn haben wir noch Ich würde sagen, da haben wir Lampen drin stehen, toll, kann man die nicht aufeinander stellen? Das ist ja eine wunderschöne große Lampen, yay! Ja, könnte besser aussehen, man, das hier kann man nicht weg, außer Axt, tschüss, tschüss, so, dann haben wir das da auch weg, Block of Mana Steel, Love is Lato, die, wie, so, Kokosnusschale, also, die Kokosnusschale, wie verbrauche ich das, nirgendswofür, lass das weg damit, gucken wir mal kurz, vorsichtshaber, Kokosnussschale, und damit kann man irgendwie Essen herstellen, alles laufend, weg, warum habe ich eigentlich hier, weg, alles weg, hu, schieb ich gar nicht durch die Weltgeschichte, die Kokosnuss geklaut, Das ist auch mal Essen, Fruttsalat, so richtig geilen Obstsalat, darauf werde ich mal wieder richtig Hunger, frische Erdbeeren, Kirschen, sowas, Folge, ich glaube ich muss gleich mal einen Kuss am Brot essen machen, ich habe Hunger, ja eigentlich könnte ich die hier eigentlich auch alle wegschmeißen, die hier nicht, die hier, das brauchen wir alles gar nicht mehr, der kann auch mit weg, hier können wir mit verbrauchen, 8 Stück, supidupi, oder ich brauche noch ein ME System für Essen, das könnte man natürlich auch noch machen, müsste nur ein kleines sein, muss doch nicht so ein riesen Teil sein, ja gut, die müssen eigentlich alle runter, ach du bist gerade bei Astra dabei, mh, Feierresistenz, ja, 10 Ohr Beere, die können eigentlich weg, obwohl ich nochmal nachgucken wollte, es gibt ja auch diese Schalen dafür. Wenn man die jetzt so da hinsetzt. Ich habe die Sinter extra für diese Schalen, Weeplanter. Okay, ich hab gleich die machen wir dann da rein und dann, ja so gut, ich hab mir doch nicht halt meine Hütte in die Luft. So, was, Player-Transmitter. Okay, der hier muss eigentlich auch nachher noch raus, aber dafür müssen wir jetzt noch einen Platz haben und der hier kann eigentlich auch mit weggeschmissen werden. Das ist ja nicht abgeholt. Und ich werde endlich mal Schwert fertig kriegen, damit wir endlich Witter her können. So, ich glaub, das haben wir aber auch. Das ist der Teil, oh Mann, der aussortiert. Weg, 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 weg. Ok, dann können wir wieder ein bisschen was reinpacken, ein kleines bisschen, jetzt warten wir nicht auf besseres Wetter, wir machen das eigentlich auch nicht. Das geht, kommen wir eigentlich auch nur zu Gnomi verarbeiten, siehst du, wieviel, 627, so, das ist so komisch geplungt, geplungt, geplungt. Ah, es sagt, es sagt übel, wo sind hier die Punkte, wo sind hier die Punkte, Biene, eine Biene ist drinnen, ja, und eine Biene ist drinnen. Die, 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 ah, ich verstehe. Oh, was Neues, Amos Stent, oh, das sieht aus wie so eine Hawaii Frau. Roots Classic, das sieht aus wie so ein Tisch. Eigentlich voll geil, voll hübsch, da kommt immer so welche geiligen Ideen. Oh, was zum Henker ist das? Wo ist dann noch ein Fußbund? Hä? Gar nix. Oh, hi. Wollte gucken, was du da so machst. Mach da einfach so, und ich buche irgendwie, was ist ich? Oh ja, toll, bitteschön. Ja, ich komme mit. Wo war denn nur mal kurz was essen. Alles klar jetzt. Oh, ist das so süß. Oh, da muss eine Decke rein. Was ist das denn? Abbruchseite. Oh, die Tür ist so geil. Ach, create. Ich hasse create. Ja, das ist ja create, oder? Ach so, ich habe, das wäre, nochmal create. Plattenpresse. Öl. Oh, da unten ist irgendwas da auch. Mensch. Na, okay. Cool. Oh. Es muss nochmal. Ja. Slead hart. NASA Block Bench. Ah, ja. Oh. Was? Wie hast du das denn jetzt hingekriegt? Ich meine, okay, mit den hier beziehen, aber wie funktioniert das rein technisch gesehen? Ah, so cool. Voll geil. Oh. Ja, voll geil. Nö. Auch wenn du es weg machst, dann fällst du das mal tief. Voll geil. Mann. Oh, da runter. 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 Alles klar. Ja. Ja. Ach so, die hast du wohl schon mit Schiss und Bits gemacht, ne? Hä? Habe ich doch gerade im Markt geguckt, da waren die doch gar nicht mehr drin, da waren ja nur diese großen, großen Teile mit drin. Das sind die. Das heißt, ein bisschen anders. Ja. Ja. Va access Last wil creators. Technik再見. Wie viel dazu кажется? Glieff. Ja. Sei das gut. 073. Jan. Geras! TAD? Okay, das war doof. Ich glaube, das wäre so ein Jump-Kile. Voll cool. Ich bin ein Putz und ein Putz und ein Putz. Das funktioniert... Ah, jetzt! Wo gehen die automatisch auf, oder wie? Ach so! Ah, ach so! Ach so! Wusste ich ja nicht! Aber richtig cool! Wird die Kuh gewonnen! Ja! Gut! Das bleibt doch nicht aus! Sonst irgendwas neu? Weil ich schon mal hier bin! Oh! Ja, das ist neu! Yay! Oh ja! Bücher! Juppie! Nein! Nein, nein, nein! Ich will das nicht mitnehmen! Ich vergesse das immer, dass ich das nicht... Rollen darf! Ah! Ja! Ah, cool! Ja! Ich wollte nur gucken! Keine Sorgen! Voll cool! Und der hämmert? Ach so! Ach so! Ach so! Die Teile! Ah! Ah! Wofür brauchst du das Ding? Ah! Okay! Oh Gott! Mir kaut! Mir kaut! Schlimmes! Oh! 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 Wie soll ich das gar nicht mehr? So war! Okay! Wir gucken in der nächsten Folge weiter! Wie es weiter geht! Und dann hören wir uns in der nächsten Folge! Tschüüü!